Stellen Sie sich vor, Sie kommen nach einem langen, harten Arbeitstag nach Hause und können statt stummler nach dem Schlüssel zu suchen, einfach Sesam öffne dich sagen und Ihre Haustür öffnet sich wie von Zauberhand. Unrealistisch? Nein, denn die Zukunft ist schon heute Realität. Im folgenden Film zeigen wir Ihnen eine sprachgesteuerte Zutrittskontrolle mittels Sprecherverifizierung. Klingt kompliziert, ist es aber nicht. Wir zeigen Ihnen mal, wie das Ganze funktioniert. Mittels der biometrischen Merkmale der Stimme erkennt das System, ob die Person berechtigt ist und öffnet die Tür. So haben nur befugte Personen Zutritt zu einem Gebäude oder einem Raum. Was ist da passiert? Wir zeigen Ihnen den Vorgang jetzt noch einmal live. Zunächst brauchen wir einen PC, ein Telefon, ein wenig Technik und natürlich unsere Tür. Ist die Anmeldung erfolgreich, so ist das System beim nächsten Anruf in der Lage, den Anrufer anhand seiner biometrischen Stimmdaten zu verifizieren. Nachdem Sarah sich vorhin angemeldet hat, ist sie dem Sprachcomputer bekannt und ist nun in der Lage, die Türe mittels eines Anrufs zu öffnen. Sarah ruft also auf dem System an und wird zunächst aufgefordert, ihren Benutzernamen zu nennen, damit sie das System zuordnen kann. Danach muss sie vorgegebene Namenspaare wiederholen, damit das System sie erkennt. Ist die Stimme eindeutig verifiziert, öffnet sich die Tür. Dies ist natürlich auch mobil möglich. Martin Mareike, Susanne Sebastian Was sind nun die Vorteile eines solchen Systems? Nur die Stimme eines Benutzers wird benötigt, das macht es wirklich einfach. Auf Schlüssel, PIN oder Ähnliches kann verzichtet werden, denn die Stimme ist der Schlüssel. Der Standort ist nicht mehr relevant. Ob China, Australien oder Timbuktu, ein telefonischer Service ist überall erreichbar. Keine zwei Stimmen auf der Welt sind identisch. Das gewährleistet eine sehr hohe Sicherheit. Stetig wechselnde Wortpaare verhindern zudem das Kopieren der Stimme. Für Unternehmen bedeutet ein solches System Einsparung in Zeit und Geld. Diese neue Technologie bietet enorme Vorteile. Wir bringen jährlich das Kompendium für Sprachlösung, den Voice-Kompass, heraus und kennen daher den Markt. Unser Berater-Team weiß heute schon, welche Trends morgen aktuell sind. Wenden Sie sich an uns, wir beraten Sie gerne.